Ich bin der Auger de la Citroën. Oh oui, ich begrüße euch heute zu einer kleinen Konvention mit mir. Heute wollen wir machen einen leckeren kleinen Pfannkuchen. Kennt ihr einen Pfannkuchen? Was brauchen wir? Wir brauchen... ...Supf, Eier, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, ein bisschen Mehl, ein bisschen Milch und ein bisschen Vanille-Sucre. Und am Ende machen wir dann ein bisschen süße Sachen. Mit ein bisschen Nutella oder ein bisschen Marmelade. So, fangen wir einfach mal an. Ich würde sagen, ganz einfache Sachen nach den Händen putzen. Wir machen einen Teich. Der Teich ist ganz einfach. Wir machen die Eier und die Öff. Tollner Schüssel. Tollner Schüssel. Tollner Schüssel. Oh, ich sage mal, eine schöne Sache. Die ganze Welt der Küche ist eine wunderbare Welt. Weil auch, wir haben ganz viele Gemüse, wir haben das Fleisch, wir haben die Gewürze. Auf die ganze Welt, von die ganze Welt. Das ist so schön. Wir nehmen überall Westen raus. Das ist ein bisschen so wunderbar wie bei uns in der Menschheit. Bei uns in der Menschheit auch. Wir nehmen alles so wie sie ist. Egal wie du bist. Egal ob du Sexualität. Ob du eine Hautfarbe. Ob du eine Religion. Alles ist gut. Weil wir respektieren. Wir respektieren das. Wir machen das gut. Wir nehmen überall raus. Wir haben eine Diversität. Das ist gut. Und manchmal haben wir auch. Was ist? Ah! Eine braune. Eine kleine Ei. Manchmal ist ein faules Ei dazwischen in die Küche. Ist genau wie die Menschen. Hast du ein kleines braunes Ei dazwischen. Dann ist es vielleicht ein faules Ei. Und das wollen wir nicht in die Küche. Und auch nicht in die Menschheit. So. Gendarmerie würde sagen. Oh! Was machen wir mit einer kleine Faulerei? Eine kleine Corona-Leugner? Oder vielleicht eine kleine Nazi? Oh! Eine kleine Rassist? Eine kleine Rassist machen wir. So! Und dann brechen und machen wir. Was machen wir damit? Oh! Guck mal in die. In die Abfall. Wow! Au revoir kleine Nazi! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Und weiter geht's! Wir machen weiter! Jetzt kommt ein bisschen von der Milch dazu. Oh! Eine Brise Salz. Und eine Brise Zucker. Oh! 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 Und dann kommt die Mehl. Oh! Oh! Die viele schöne Zutaten für die ganze Welt. Und die ganze Welt der Küche in einer. Das ist wunderbar. So! Du hast du ein bisschen in der Pfanne. Du hast du 1,5 Uhr. Oh, du hast du ein bisschen Vanille und Zucker. Das ist auch für den Geschmack. Nun gibt es gute Eier, keine faule Eier. Okay, und wenn wir eine Seite schön gebrannt haben, so circa 2 Minuten, drehen wir in der Pfanne um. Das ist immer ein bisschen Das ist immer ein bisschen Was? 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 Wir haben noch eine kleine Nutella, das war so leckere Nutella und die Chocolat-Creme. Ein Lachen in ihr Gesicht gesaubert von Olgerme de la Citroen und ich wünsche viel Spaß beim Kochen nach. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Sauer macht lustig. 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 Wir haben uns die Zwiebeln. Wir haben die Zwiebeln. Wir haben die Zwiebeln. Wir machen die Zwiebeln.